Ist das mit Film? Ja. Das ist mit Film? Bin ich drauf? Ja. Nnannannannanana. Hallo, wenn ich... In meiner heutigen Reportage interview ich einen großen Haufen Sondermüll. Komm her. Wenn ihr sowas seht, sofort entsorgen. Wie geht's? Worum ging's bei den Aufnahmen? Ich war für RTL. Ja, das ist nicht so gut. Ich gebe vier, vier, vier.